hallo liebe prana aus kunden wir hatten jetzt mehrere versuche und jedes mal haben wir so viel gelacht deswegen machen wir das jetzt ganz einfach wir machen ein dreh und alles was drauf ist ist in ordnung und ist gewollt und wenn wir lachen ist es auch in ordnung genau und die china ist auch gerade gekommen also liebe prana aus freunde ich wollte euch ein ritual heute vorstellen am ersten oktober kommt mein neues weihrauch buch raus und natürlich sind auch darin rituale beschrieben die energetische wirkung von weihrauch und so weiter und es gibt ein ritual was ich ganz gerne anwende und da wurde ich gebeten dass wir ein kleines video drehen und da ihr das ja schon kennt das pippo und ihres immer dabei sind sind wir heute hier bei pippo und ihres und ich werde euch und dem pippo auch das ritual einmal vorstellen in unserer kleinen tempel genau im kleinen tempel ganesha tempel bei diesem ritual geht es darum dass wir uns auf ein bestimmtes thema konzentrieren etwas was uns im leben belastet und was wir gerne abgeben möchten und weihrauch ist gibt ja sehr viele weihrauch sorten aber das was alle weihrauch sorten miteinander vereint ist dass weihrauch immer eine sehr segnende und öffnende und verbindende eigenschaft hat und das was wir heute machen möchten ist dass wir den weihrauch nutzen um ein gebet an gott zu sprechen und ihn darum zu bitten etwas von uns zu nehmen was uns im leben belastet das ist die erste variante es gibt auch noch eine weitere die erkläre ich dann danach und ich würde sagen wir fangen einfach an wir haben hier genau oder ihres kommt einfach mal wir haben hier ein feuerzeug eine räucherzange eine 50 millimeter schnell zünderkohle wir haben den royal hojari den grünlichen boswellia sakra aus dem oman und den indischen weihrauch aus boswellia sarata aus indien und der indische weihrauch ist im normalfall der den ich für die gebete benutze soll ich zeigen das ist der boswellia sakra also ich benutze gerne den indischen weihrauch ich mag den duft auch aber ich weiß dass viele kunden den würzigen duft nicht so mögen und deswegen habe ich euch eine alternative vorgestellt und das ist eben der boswellia sakra aus dem oman der sehr stark auch mit dem seelischen und dem göttlichen verbindet also man kann den indischen weihrauch nehmen man kann aber auch den oman weihrauch gerade den grünlichen nehmen für dieses ritual ich nehme jetzt einfach mal den indischen und wir fangen einfach mal an sehr gut also wir nehmen die zange die zange hat den vorteil dass wir uns die hände nicht dreckig machen oder schmutzig machen mich stört es nicht aber ist es von vorteil wenn man das jetzt so anfasst dann werden einfach die hände dunkel und des weiteren wenn wir es nachher anzünden die kohle wird mehrere hundert grad heiß wenn man daran geübt ist ist es in ordnung aber ansonsten ist eine zange immer was ganz praktisches und wir zünden das einfach an das kalium nitrat drin das heißt das reagiert die flamme mit dem sauerstoff und entzündet sich das ist im grunde genommen wie bei einer wunderkerze auch das zünden wir jetzt einfach an auch mal schnell von der anderen seite am besten ist ein sturmfeuerzeug aber da habe ich gerade keins gefunden und dann seht ihr schon wie so kleine funken sprühen und es etwas raucht und das dauert jetzt so ein paar minuten und dann können wir mit dem bräuchern loslegen und der pippo hat hier einen baumstamm darf ich das so sagen ja ja ausgehöhlt und mit sand bedeckt das ist jetzt mal eine riesen räucherschale 6 dafür damit themen alles erreicht das unterlegen wir die räucherkohle rein und lassen die einfach mal ein bisschen vor sich hin glühen und warten einfach einen moment ab dass die kohle ein bisschen kräulich wird also sich eine asche schicht bildet und dann fangen wir mit dem räuchern an und wir nutzen gerne diese zeit pippo ich gebe dir mal einen stift das heißt wir überlegen uns was wir in unserem leben haben was wir durch die göttliche gnade gerne umwandeln möchten das heißt wir suchen uns irgend also ich denke nicht dass gebete an gott immer erhört werden vor allem dann nicht wenn wir menschen neigen dazu immer dass wir sachen loswerden wollen das heißt es gibt irgendeine situation in unserem leben die gefällt uns nicht und dann wollen wir so schnell loswerden ich bin ziemlich sicher dass die schöpfung so nicht funktioniert aber es ist schon auch so dass ich die erfahrung gemacht habe dass sehr viel göttliche gnade existiert und dass wir viele themen nicht immer mit uns herumtragen müssen was ich glaube was einfach sehr notwendig ist für eine umwandlung und auch unabdingbar ist dass wir ein gefühl der annahme kommen das heißt wenn wir etwas in unserem leben verteufeln ist es sehr schwierig das loszuwerden und ich glaube in dem moment wo man nicht mehr das gefühl hat man müsste etwas loswerden dann kann etwas auch wirklich gehen das heißt pippo wir beide bevor wir jetzt etwas aufschreiben bzw bevor wir räuchern wäre es schön wenn wir einfach in das gefühl der annahme gehen da gibt es auch einen kleinen trick das heißt wenn ihr schwierigkeiten habt zum beispiel eine krankheit anzunehmen was ich gut verstehe wenn man dauer schmerzen hat dann kann man sich zum beispiel sein haustier vorstellen oder sein kind vorstellen die augen schließen und einfach mal einen bestimmten moment in die erinnerung holen in der man das gefühl von liebe und annahme wirklich gespürt hat das heißt auch wenn es schwer fällt das thema gerade anzunehmen kann man in das gefühl der annahme gehen weil wir dieses gefühl alle kennen aus der erinnerung und wenn wir das gefühl der annahme in uns drin spüren dann können wir das quasi auf das thema was wir loswerden wollen projizieren das muss ich mir mal kurz überlegen was ich hier loswerden möchte doch da gibt es was jetzt nichts schlimmes aber es also wir machen das heimlich ne ja ja das kann ich nicht nein gut okay jetzt habe ich hier das ding weggenommen willst du den unterlage haben oder schreibst du auf der trommel also wir nutzen die zeit gerade dass die kohle vor sich blüht und gehen schon mal so in ein bisschen einen inneren dialog und spüren einfach in uns drin ob es etwas gibt was wir abgeben möchten an gott und wo wir einfach um göttliche umwandlung bitten und göttliche gnade und segen und ich habe da auf jeden fall etwas ja guck mal hier in der zettel ist ja nicht geschickt und es ist drauf liebe das ist ein magischer zettel willst du liebe loswerden hey ihr leute liebe braucht doch jeder oder ja liebe das der hauptzustand was uns ausmacht was wir jetzt machen ist dass wir etwas suchen was wir gott geben möchten zur erlösung aber wir können das thema nachher auch umwandeln tatsächlich mit liebe das machen wir danach wie wir etwas auf der erde verankern wir machen das jetzt alles lustig hier im garten aber natürlich ist es wichtig dass man in ritual auch wirklich mit offenen herzen ruhe macht gott braucht keine rituale aber für uns ist es einfach wichtig sich mit dem göttlichen zu verbinden und da finde ich sind rituale eine sehr schöne sache das heißt wenn ihr das zu hause macht nehmt euch zeit dafür macht euch eine kerze an macht euch eine duftlampe an geht vorher baden macht es einfach zu einem heiligen moment wir machen das jetzt relativ schnell für euch aber guckt dass ihr euch das ritual so schön wie möglich gestaltet und dann schreibt ruhig einen brief also wir können zum beispiel schreiben geliebter gott vater und dann schreiben wir wirklich wie ein brief an einen freund und sagen hier du weißt mir geht es mit diesem und jenem thema nicht so gut das belastet mich schon seit vielen jahren und so weiter und so fort und ich bitte dich das einfach in deine göttliche herren hände zu nehmen und das thema zu heilen und zu wandeln das schreibt ihr einfach drauf ich finde es auch gut wenn man nur ein thema erst mal nimmt das heißt nicht gleich eine liste machen hier die nachbar so und so und das und das und das und alles runter schreiben sondern konzentriert euch einfach auf ein thema was ihr am herzen trägt was ihr gerne wandeln möchtet und macht nicht gleich zu viel auf einmal ich habe meinen schon durchgerissen fängt ja gut an gott ist natürlich nicht nur im himmel sondern auch in unserem herzen das heißt ihr könnt das ritual natürlich immer für euch so verändern dass es für euch stimmig ist das was wir jetzt machen ist dass wir räuchern und dass der rauch quasi in den himmel steigt und mit dem rauch unsere botschaft und unsere bitte zu gott wenn ihr möchtet ich mache das auch immer so ist dass ich den rauch auch quasi einatmen also in meinem herz ein in mein herz einatmen weil dort gott natürlich auch wohnt und sitzt und so die botschaft nicht nur in den himmel steigt sondern auch in mein herz jetzt halten wir das zusammen sind jetzt natürlich riesenzettel ok dann nehmen wir jetzt mal kommt den grünen hier aus dem roman die kohle ist jetzt noch nicht ganz fertig aber das ist in ordnung und gut ist es auch wenn man das ein bisschen mörser hat das nicht zu große stücke drauf sind dann verbrennt er relativ rückstandslos es dauert jetzt einfach noch im moment die kohle ist noch nicht ganz fertig aber wir wollen wir nicht dass das video 200 stunden dauert deswegen fangen wir jetzt schon an ein einem amitabhaya amitabhaya Budaya, Dhamaya, Sangaya, Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya, Budaya, Dhamaya, Sangaya, Om Namo. Und wenn der Rauch jetzt in den Himmel steigt, verbinden wir uns einfach mit dem Göttlichen über den Rauchen, über unserem Herzen, so wie man das möchte. Ihr könnt euch die göttliche Quelle als Sonne vorstellen und euch über euer Kronenchakra verbinden oder ihr spürt einfach das Göttliche in eurem Herzen, eurem Körper und verbindet euch mit dem Göttlichen in euch. Und wir atmen den Rauch ein, spüren die Verbindung zu Gott und sprechen ein Gebet. Wir machen das jetzt in der Stille. Ihr könnt das auch gerne natürlich dann später laut machen. Und wir bitten Gott darum, dass er das Thema, was wir erwählt haben, was wir ausgesucht haben, dass er das in seine Hände nimmt, damit wir davon erlöst sind. Und wenn wir das Gebet gesprochen haben, dann nehmen wir diesen Zettel mit dem Thema und verbrennen es auf der Räucherkohle. Und wenn wir das jetzt in der Räucherkohle, dann nehmen wir das in der Räucherkohle. Und wenn das Thema etwas ist, was in eurem Körper sein sollte, egal in welchem Körper, physisch oder Gefühlskörper, Mentalkörper, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie dieses Thema aus eurem Körper in den Rauch geht. Und über den Rauch zu Gott, wo es gewandelt werden darf. Und stellt euch dann vor, wie dieses Thema über den Rauch. Das war jetzt ein sehr großes Blatt. Meine war schneller. Leichteres Thema? Ich weiß nicht. Und dieses Ritual kann man auch abwandeln. Das heißt, wir haben jetzt quasi über den Rauch das Thema zu Gott gebracht, um etwas zu erlösen. Aber man kann genauso gut etwas, was man gerne auf Erden verankern möchte, durch dieses Ritual verankern. Und dann nimmt man seinen Zettel und schreibt ein bestimmtes Thema drauf, was man sich in seinem Leben wünscht, was man hier auf Erden verankern möchte. Und räuchert dann auch. Das heißt, man spricht das Gebet über den Weihrauch, über den Rauch an Gott und sagt ihm, ich würde dich bitten, quasi dieses Thema hier auf Erden zu verankern. Ein bisschen ausführlicher auch hier natürlich, das darf ruhig ein Gespräch sein. Das heißt, man redet wie mit einem Freund und sagt hier, schau, du weißt, wie lange ich schon in meinem Leben zum Beispiel diesen Mangel an etwas habe. Und ich nutze dieses Ritual, dieses Gespräch mit dir und diesen Rauch als Opfergabe und bitte dich, das in meinem Leben zu verankern. Der Zettel wird dann nicht verbrannt, sondern man räuchert, man betet. Dann nimmt man Weihrauch, den man geräuchert hat. Also nicht den Weihrauch, der verräuchert ist, sondern Weihrauchstücke. Nimmt den Zettel mit dem Thema, was man im Leben verankern möchte. Hier, faltet es zusammen und legt es unter das Bett. Das heißt, man hat den Zettel mit dem Thema, den Weihrauch da drauf und legt es einfach für ein paar Wochen unter das Bett. Und wenn man möchte, kann man auch vielleicht einmal die Woche nochmal ein stilles Gebet führen. Gott braucht es auch nicht, aber uns Menschen tut es gut. Und in diesem Gebet kann man nochmal darum bitten, dass diese bestimmte Energie, diese bestimmte Eigenschaft, dieses bestimmte Thema im Leben für uns greifbar wird. Dass es manifestiert wird. Und dann einfach, wie gesagt, drei, vier Wochen den Zettel und den Weihrauch, jetzt qualmsordentlich, den Weihrauch unterm Bett lassen und wirken lassen. Und immer wieder ins Gebet gehen und Gott darum bitten, das auf die Erde zu bringen und im Leben zu verankern. Und der Weihrauch stellt dann wieder eine Opfergabe dar als Verbindung zum Göttlichen. So, jetzt ist das Video doch etwas länger geworden. Das glaube ich auch. Ja. Aber schön war es. Ja. Wir genießen noch die Sonne. Die war in den letzten Tagen relativ spärlich unterwegs. Und trinken noch ein Espresso, glaube ich. Und wünschen euch auf jeden Fall viel Freude beim Räuchern. Das Ritual findet ihr mit anderen Ritualen in dem neuen Weihrauchbuch, was natürlich auch bei Pranahaus erscheint. Und Pranahaus hat auch viele Weihrauchsorten, die ich importiere, ins Sortiment aufgenommen. Das heißt, den grünlichen Royal Hotchari und auch den indischen Weihrauch, der ist, glaube ich, im Online-Shop erhältlich. Also ihr bekommt bei Pranahaus alles, was ihr für dieses Ritual braucht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich für Pippo, der immer wieder hier mitmacht. Und Iris, die vorhin so wunderschön gesungen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.